Musik Hallo, mein Name ist Daniel Pink. Ich bin Redakteur des Wired Magazins und dies ist eine Präsentation, bei der ich eine Technik verwende, die sich Pechakücha nennt. Ich habe von Pechakücha erfahren, als ich kürzlich in Japan war und habe darüber in unserer September-Ausgabe geschrieben. Lassen Sie mich zuerst etwas über diese Technik erzählen, bevor ich mit der eigentlichen Präsentation beginne. Pechakücha hat seinen Ursprung bei Mark Ditham und Astrid Klein, zwei Architekten aus Tokio. Da Architekten in Tokio kaum eine Möglichkeit hatten, ihre Arbeiten zu präsentieren, riefen Klein und Ditham ein monatliches Präsentationsforum für diesen Zweck ins Leben. Um sicherzustellen, dass die Architekten und Designer dafür geeignet waren, stellten sie einige Regeln auf. Vortragende durften nur 20 Folien benutzen und jede Folie durfte nur 20 Sekunden lang gezeigt werden. Sie nannten es Pechakücha nach dem japanischen Wort für Plaudern, wie sie es hier lesen können. 20 Folien für je 20 Sekunden, das ist es, was ich auch hier mache. Und wenn ich alles richtig mache, sollten Sie jetzt Folie Nummer 3 sehen können, da seit dem Anfang meines Vortrages rund eine Minute vergangen ist. Eine Pechakücha-Präsentation über Pechakücha zu machen, fand ich etwas zu postmodern, also habe ich ein anderes Thema gewählt. Schilder. Ich bin ein bisschen verrückt nach Schildern, habe sogar das Nationale Schildermuseum in Cincinnati besucht, das Sie hier sehen können. Manche Schilder sind schön und manche seltsam, aber viele Schilder, denen wir täglich im Alltag begegnen, sind fehlerhaft und könnten viel besser funktionieren. Wenn wir das schaffen, könnten wir auch die Welt ein klein wenig verbessern. Ich spreche nicht davon, ihre Form, Farbe oder die Schriftart zu ändern, sondern Schilder emotional intelligenter zu gestalten. Um zu verstehen, was ich meine, müssen wir uns die Hauptaufgabe bewusst machen, die Schilder im öffentlichen Raum haben. Einmal dienen sie dazu, dass wir den Weg an unser Ziel finden, so wie dieses Schild, das ich in einem Flughafen aufgenommen habe. Ich musste von Terminal C zu Terminal F und dieses Schild zeigte mir, wie ich das schaffe. Um solche Wegschilder zu optimieren, müssen sie klar, verständlich und direkt sein. Aber es gibt noch eine andere Art Schild mit einer anderen Aufgabe, so wie dieses hier. Diese Schilder regeln unser Verhalten in öffentlichen Räumen. Sie stellen Regeln auf und erwarten, dass wir sie befolgen. Und hier gibt es meiner Meinung nach große Verbesserungsmöglichkeiten. Wären solche Schilder emotional intelligenter, würden wir uns in öffentlichen Räumen besser fühlen. Genauer gesagt könnten diese Schilder zwei Anforderungen erfüllen. Sie könnten Einfühlungsvermögen demonstrieren und es gleichzeitig auch wecken. Hier ein Beispiel. Kürzlich war ich mit meiner Familie im Museum für Moderne Kunst in New York. Alles war bestens, aber wir bekamen Hunger. Also sind wir ins Obergeschoss zur Cafeteria gegangen. Die Schlange dort war ellenlang. Ich habe mich geärgert, weil ich dachte, ich muss ewig auf mein Essen warten. Und dann sah ich dieses Schild hier. Keine Sorge, diese Schlange kommt sehr schnell voran. Ich beruhigte mich. Und ich konnte auch sehen, dass andere Menschen um mich herum ähnlich auf dieses Schild reagierten. Wir alle hatten uns geärgert, aber dann entspannten wir uns, weil uns das Schild sagte, die Schlange sei gar nicht so lang, wie wir glaubten. Dieses Schild, das uns das Gefühl gab, jemand erkennt unsere Sorgen, hatte dafür gesorgt. Hier haben wir noch ein anderes Beispiel. Es hängt in einer öffentlichen Toilette. Ich wasche meine Hände und benutze diese Dinger hier. Elektrische Handtrockner. Ich hasse die Teile. Nie funktionieren sie. Und am Ende muss ich meine Hand doch wieder an der Hose abtrocknen. Doch dann sah ich dieses Schild, das ich Ihnen gleich noch ein bisschen größer zeige. Darauf steht, wir mögen sie auch nicht, aber sie sind die effizienteste und umweltschonendste Lösung. Ah, da denkt jemand wie ich. Durch das Mitgefühl verbessert sich mein eigenes Wohlbefinden. Und hier noch ein Beispiel. Ich war zum ersten Mal am Flughafen von Hongkong. Ich nehme die Rolltreppe auf der Suche nach der Gepäckausgabe und ich sehe dieses Schild. Ah, der Gepäckwagen kommt alle zwei Minuten. Ich sah, wie die Züge wegfuhren und machte mir Sorgen. Als Fremder in diesem Land und an diesem Flughafen gibt mir dieses Schild Sicherheit, indem es mir zeigt, jemand versteht mich und geht auf meine Sorgen ein. Also noch einmal zur Erinnerung. Es gibt zwei Arten von emotional intelligenten Schildern. Solche, die Einfühlungsvermögen zeigen und solche, die es in den Menschen wecken, die die Schilder betrachten. Davon will ich jetzt erzählen und gebe Ihnen ein weiteres Beispiel. Ich lebe in Washington, D.C. und in meiner Nachbarschaft gehen viele Leute mit ihren Hunden spazieren. Am Ende meiner Straße steht eine Kirche mit einer großen Rasenfläche davor. Rasen und Hunde sind keine gute Kombination. Deshalb hat man dieses Schild aufgestellt. Hier sehen Sie eine bearbeitete Version dieses Schildes. Es besagt, räumen Sie hinter Ihrem Hund auf. Ein Befehl von einer anonymen Person. Hier sehen Sie das Schild, wie es vor der Kirche wirklich steht. Es ist emotional wesentlich intelligenter. Hier spielen Kinder. Räumen Sie hinter Ihrem Hund auf. Denken Sie darüber einen Moment lang nach. Warum hat man diese erste Zeile hinzugefügt? Meiner Meinung nach soll sie Einfühlungsvermögen in den Leuten wecken, die ihre Hundegassi führen. Räum hinter deinem Hund auf, damit die Kinder, die hier spielen, vielleicht sogar deine eigenen, nicht krank werden. Hier ist noch ein weiteres Schild. Es steht am Vietnam-Denkmal in Washington. Man möchte, dass die Leute dort die angelegten Wege benutzen. Eine Regel wird aufgestellt und man erwartet, dass sie eingehalten wird. Auch hier hat man das Schild emotional intelligent gestaltet. Eine zusätzliche Zeile bezieht den Kontext mit ein. Sie will Empathie wecken. Glauben Sie mir, es gäbe viel mehr Menschen, die den Bürgersteig benutzen würden, wenn die Schilder so aussehen würden. Menschen können es nachvollziehen. Sie kennen jetzt den Grund. Sie halten vielleicht sogar andere Leute dazu an, die Regel zu befolgen. Wir sind aber auch schon Schilder untergekommen, bei denen der Versuch, Empathie zu wecken, fehlgeschlagen ist. Einige Arbeiten könnten die Gefühle von Besuchern verletzen. Das habe ich im Museum für moderne Kunst in Paris gesehen. Es verführt mich geradezu dazu, diese Ausstellung mit anstößiger Kunst zu besuchen. In einem übervollen New Yorker Restaurant quetsche ich mich an einen Tisch und sehe dieses Schild. Sei nett oder geh. Hier geht es nicht um Regeln, sondern es legt nahe, dass man sich wohler fühlt, wenn man die Gefühle anderer mit in Betracht zieht. Verhalte dich nicht wie die Axt im Wald. Fühl dich in die anderen Gäste ein. Das bewirkt, dass sich das Erlebnis in diesem Restaurant erheblich verändert. Emotional intelligente Schilder sind mein bescheidener Vorschlag an die Gesellschaft. Sie erfahren noch mehr über Pechakucha unter dieser Adresse. Sie erreichen mich unter der E-Mail-Adresse und in der aktuellen Ausgabe von Wired können Sie noch viele interessante Storys lesen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017